Wearables sind ein zunehmender Trend. Jeder kennt diese kleinen Gadgets, aber wer weiß, was genau dahinter steckt. Wearables sind kleine Computer, die beispielsweise in Form von Brehen oder Uhren am Körper getragen werden und unseren Alltag erleichtern sollen. Die digitalen Helfer sind im Bereich Gesundheit, Lifestyle und Fitness zu finden. Sie messen Körperfunktionen wie den Blutdruck und den Puls, erfassen getätigte Bewegungen und vereinfachen Kommunikation. Und das alles über das Internet. Kurzum, die technischen Wunderwerke sammeln Daten aus jedem Lebensbereich. Doch Vorsicht, muss alles ins Netz. Und wie wird es dort verarbeitet? Verbraucherschützer warnen vor Datenschutzmängeln. Einige Apps senden ungefragt Daten an andere Dienste und das sofort beim Benutzen der App. Und vor allem dauernd. Daher gilt, Wearables bieten vielseitige Funktionen und unterstützen das tägliche Leben. Was man von seinen erhobenen Daten wie verwendet haben möchte, muss jeder für sich selbst entscheiden.